Das hier sind die beliebtesten Mädchennamen 2021. Falls der Name dabei ist, den du kennst, schick das an diese Person und schreib mal in die Kommentare, was euer Lieblingsname wäre. Auf Platz 10 haben wir Lea, auf Platz 9 die Emma, Platz 8 ist Leonie, Platz 7 ist Lia und auf Platz 6 ist Ida. Platz 5 ist Lina, hört sich ähnlich an wie Lia. Und auf Platz 4 ist Lena, auf Platz 3 ist Ella, Platz 2 ist Lima, hab ich noch nie gehört. Und Platz 1 hab ich schon so oft gehört, Emilia. Wenn du wissen willst, was die beliebtesten jungen Namen sind, du kannst das erzählen als nächstes.